Herzlich Willkommen zu unserem ersten Unboxing. Wir haben uns überlegt, wir machen halt noch ein weiteres Format und wir brauchen ja auch so diverse Ausrüstungsgegenstände, deswegen machen wir jetzt auch mal ein Unboxing mal, Auspackvideo sozusagen. Ja, wir haben jetzt mal was bei Engelbert Strauss bestellt. Erstmal den Rechner raus. Also hier sieht man, Schuhkarton, das ist drin. Neue Schuhe für unseren Vater, der fand die ziemlich gut und der möchte die halt nochmal haben, deswegen haben wir sie hier nochmal bestellt. Auch schon, glaube ich, 60 Euro oder so. Dann, vielleicht noch mal drin hier, habe ich mir eine neue, das ist mir meine Käfig gestellt von Engelbert Strauss. Keine Ahnung, wie man standen will. Die gefällt mir echt. Die ist geil. Jetzt kommt, du mich richtest du echt? Ja, aber so im Sommer und so ist es schon mal ganz nice, wenn man irgendwie ein bisschen Kopfbedeckung hat. Dann, habe ich mir noch eine neue Schafolge gestellt. Das ist eine Motion 2020 mit Lüftungsschlitzen hier hinten. Kostet 67 Euro, glaube ich. Ich hoffe, sie passt jetzt auch. Sieht ein bisschen eng aus. Müssen wir mal schauen. Dann haben wir bei Engelbert Strauss noch so ein Testpaket von verschiedenen Handschuhen bestellt, weil wir einfach mal ein paar da ein bisschen testen wollten und da schauen wollen, welche mir von denen am besten gefallen. Dann haben wir mal hier solche, ob 6 Paar oder so sind es dann. Dann haben wir hier solche, ob 6 Paar oder so sind es dann. Dann wollen wir einfach mal testen, welche uns am besten gefallen. Dann haben wir noch einen Spanngurt bestellt, 6 Meter Länge für 17 Euro oder so. Weil wir den auch mal ausprobieren wollen. Weil unser Köppel, unser Balkenmeier ist ja schon ziemlich schwer, 350 Kilo. Dann haben wir bisher nur so einen kleinen Spanngurt. Das verrutscht deswegen manchmal ab und zu. So wie immer bei Engelbert Strauss gibt es da nochmal so einen kleinen Katalog. Hier, Akkuschrauber und nochmal einen coolen Block, wo auch die Schulfähren drin stehen. Wir hoffen euch hat das Unboxing gefallen und freuen uns, wenn ihr es nächstes Mal wieder anschaltet. Ciao!